Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu 7 days to die mit mir in den Kabinen und äh, wir stecken hier im Keller, ich hab hier äh, ich möchte nicht drüber reden, hier sind wieder Sachen passiert, ich muss hier raus, hätte er sonst, ja, ich hab hier ein bisschen am Keller rumgewerkelt und äh, ich geht voran, ich geht voran, Moment mal, ich glaub der Schatten ist kaputt. Ich glaub nicht, dass das so sein sollte, kommen wir hin wieder raus, ne, das ist, äh, okay, hier müssen die Länder ran, äh, für Kabins, äh, sonst, und hier muss ich mir noch was einfallen lassen, ich hab jetzt so so überlegt, hier mit so Schrehe und dann ab hier wird dann gerade und dann zack durch und dann Säulen und äh, ich weiß bloß noch nicht, wie ich das mache, aber ich mach das. So, was liegt denn heute an, äh, wir werden heute, mh, Richtung Hotel, wir müssen ja da noch weiter, ne, äh, und denn, brauchen wir auch noch, will er, ein bisschen Öl, äh, ich brauch nämlich auch ein bisschen Pinselfarbe, um die Sache hier ein bisschen zu gestalten. Es wird Zeit und dann hab ich ja eben halt nur vor, die Torred zu bauen, also wir haben viele, viele vor, äh, wir werden es natürlich heute nicht alles schaffen, das ist ja wohl klar, aber ich kann es ja wenigstens mal versuchen, so, der Töftöft muss mit, und außerdem, Uschi ist ja auch noch, ne, äh, die wartet ja auch noch, um gemacht zu werden. So, aber erst mal brauche ich ganz dringend, äh, diesmal nehme ich mal die AK mit. Hab ich mir so gedenkt, es könnte gut sein, wenn ich sie finde. Und ich hab sie gefunden. Öke. Sie ist immer noch auf blau, äh, äh, auf grün. Oh, ne, ist halt so, ne. Kann ich, mach es dir erst mal nicht, ne. Gut, Blei hab ich jetzt auch wieder besorgt, Alter. Äh, so, wirklich, äh. Ja, nimm, nimm. Blei, nimm, nimm. Ich brauch das nicht. Äh. Ich könnt ja eigentlich mal, äh, anfangen. Nee, das mach ich nicht. Ich wollt grad das Blei einschmelzen. Ich mach das aus. Ich hasse dit. Ich hasse dit. Ich hab hier, äh, äh, das ist doch nicht euer Ernst, oder? Ich hab 100, also mindestens 300 Stück hergestellt. Und hab natürlich ausgelockt. Alter, was ist hier los? Et verschwinden hier Sachen? Ey, dat ist zum Kotzen. Das ist, äh, et ist nicht gut. Hab ich dit hier drin geschmissen, will er? Okay, von der Zahl könntet hinkommen. Ik sag erst mal, ik hab dit da drin geschmissen. Weil ik dit nicht weiß. Aber, äh, et stimmt, hier verschwinden Sachen. Weil hier Benzin hat man ja letztes Mal hergestellt. Und da hätt ik, hätt ik 14.000 raushaben müssen. Und hatte grad mal 10.000 oder so. Wo wir denn in der, im Hotel drin waren. Hier hatten wir schon mal hergestellt. Ihr seht, leer. Und dat selbe ist hier nämlich auch passiert. Äh, also, wir dürfen eigentlich, rein theoretisch, können wir gleich mal ausmachen, sobald wir weg sind, dürfen wir hier nichts produzieren. et ist, äh, ein Traum. Dit is'n Eitraum. So, warte mal, dat bisschen Holz sollte ik eigentlich mitnehmen, ne? Ik guck mal, ja. Aber dat Pullerwasser brauch ik nem mitnehmen. Dat brauch ik nämlich nicht. Wir warten auch. Äh, trinken nehm ik mit? Sonst brauch ik da ook nicht. Zeug noch mit. Durch die Tür schippen oder wat? Äh, ik könntet zwar oben, äh, dat jense Material da rausnehmen, äh, mitnehmen, zunehmen, wegnehmen. Aber ok. Ok, Holz brauch ik doch nie mitnehmen. Ik hab ja hier noch Dingetzen. Falls wir uns irgendwo hochbauen müssen, wisstelah. Sieben dürfte reichen. Ik hab doch Moment mal. Dat hab ik schon rausgenommen, ja. Ne, warte mal, wo ha ik denn dat hergestell? Ik habe Kleber hergestell. Und da wil ik mir... Ey, dat is kacke. Dat is richtig kacke, is dat da. Ik habe... Jetzt werd ik stinkig. Ik habe nämlich unsere ganzen Knochen verbutzelt. Und habe eigentlich, äh, Dings... Echt, liebe Streifen. Boah. Ik wollte jetzt grad... Ik wäre... Ist ja... Also, intag hier raus und dann, äh, die Hälfte weg und, äh... Dat is nicht gut. Dat is einfach nicht gut. So, dat hab ik, dat hab ik. Gut, äh... Okay, dat hab ik schon verarbeitet. Boah, Alter, ik hab jetzt gedacht unsere ganzen Knochen und alles war halt alt weg. Äh, dat wär nicht gut. Dat wär überhaupt nicht gut. Dat hab ik mich schon alt vorbereitet gehabt. Genau. Deswegen. Dan haben wir dat nämlich auch fertig. So, dat werd ik aber... Nee, dat dauert zu lange. Ik pak dat hierin und mach dat, wenn wir zurückkommen. Wie gesagt, ik muss dabei sein. Dabei sein ist alles. So. Los, Kabin. Mach. Jabba, jabba. Gut. Okay. Ach, übrigens, meine Tastatur ist angekommen. Und übrigens, ik hab mir schon wieder angeschissen. Kussi fix, Alter. Ik hab mal, äh, bei Ebay versucht. Jetzt kann ik es sagen. Ik hab mir ne neue Logitech gekauft. In Top-Zustand. Am Arsch. Ja, ik muss mir erstmal ne neue, äh, G-Taster holen. Roma-G-Taster bestellen. Und die darf ik denn, äh, weil die Tastatur ja so janz ist, erst mal, wenn dat halt ankommt, rinnlöten. Yes. Äh, du kannst keine Sau mehr trauen. Bei Ebay. Nee, äh, ik hab das jetzt immer glückgehaft. Also, ik sag mal so. Ik war ein bisschen frustriert. Ik glaub, derjenige hat das dann auch mitgekriegt. Ik hab dem nämlich ne schöne, äh, Review hier schrieb. Ik war abbrust über mich selbst. Nee, nee, nee. Ik hab so geschrien, wie dat is. Ik find sowas kacke. Wenn dat schreiben tult, nee, hat dat doch schreiben können. Ey, ist im Arsch. Okay, hat dat weniger Kohle gekriegt. Äh, aber okay. Ne? Aber, zu sagen, ey, die ist tadellos und, äh, keine Probleme, äh, Nichtraucher, dat is ja dat nächste Ding. Nichtraucherhaushalt, ne, steht drinnen. Der Ding, ik, ik hab dat ausgepackt, ik bin beinah umgekippt. Und dat sag, ik als, äh, Ex-Raucher, wisst ihr? Äh, Mann, 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 Mann. Musst du heute wirklich, äh, wenn einer sagen tut, einen Tag, musst du aufs Fenster gucken, ob wirklich Tag ist. Oder wat, oder wie. Und in den Frust hab ik, äh, ik hab die Knarre verjessen. Schalom. Wir sehen uns gleich wieder. Äh. So, und da bin ik, Okwila, nachdem ik zurückgefahren bin und mitgekriegt hab, dass ik den Gürtel hab, ik Idiot. Ach Mensch, äh, ja. Wir haben nämlich jetzt, äh, wir haben 10 Uhr, Alter, und ik bin, dit is, äh, ist Wochenende, ne? Da darf man auch ein bisschen länger schlafen. Ach Mensch. Nee, nee, nee. Wo soll dit alles an? Hä? Moment mal. Alter, wir hatten zwischendurch Horde. Und dit ist alle, dit ist alle, dit nur hier. Okay. Ik wies nich, ob dit original is. Ik guck mal nich. Äh, n gut. Äh, wenn sie uns dit, ne, dit is ja nicht so, dass wir dadurch bescheißen. Dit is ja, ihr wollt? Ihr wollt ist falsch, nicht wahr? So. Jut, pass auf, und jetzt kriegen wir eine ganze Zeit Pistolen-Munition, äh, da ik rass da aus. Ich bin wieder zurück. Jut moinz. Ik bin's. Kabin. Ik mischt weitermachen. Kumse, kumse. So, hier dürfte eigentlich nischt sein, ich muss bloß kicken, Orientierung, null, äh, wir müssen da lang. hat der Möte gerade nachgeladen? Dit hat sich so angehört, wa? Jans komisch, jans, jans komisch. Die Metze sind ja tot. Geht mal davon aus. Ach, wie schön. Ist dit leben. So, wir müssen jetzt hier lang. Denn da oben steht irgendwo nen Schrank. Hä? Dit üben wir noch mal Kabin. Och nö, jetzt geht dit los. Also, das hat letztes Mal ohne Fehler geklappt. So. So. Den eh mal durchstehen bleiben. Den da ruf. Und den da ruf. Et geht doch. Kabin, et geht doch. Man muss nur wollen. Ich will, aber das funktioniert trotzdem nicht. Bitte jetzt nicht runterfallen. Och, schnauze halten, Kabin, schnauze halten. Äh. Oh, Alter, das hat doch schon mal besser funktioniert. Jetzt weiß ich, was mich erwarten tut. Dann falle ich hier ständig runter, oder was? Ist ja nicht dein Ernst, oder? Ich weiß es gar nicht ernst. Nee, tut mich keiner. Äh. Ich hab's geschafft. Ich bin der Curry King. Äh, nee, das ist ein anderer. Aber das ist ein anderes Thema. Äh. Boah, Alter, das sieht geil aus. Ich mag das. Ich mag das. äh, ich hab nämlich die alte HD-Textur-Mod. Äh, wahrscheinlich funktioniert die nicht bei allen, aber irgendwie kommt mir das vor, als ob das besser ist. Es sieht irgendwie besser aus, oder? Oder ich bild mir das ein. Oder ich bild mir das ein und es sieht besser aus. Ja. Es sieht besser aus. So. Wurde gestern. Oh, ist das schön. Ich bin wieder zurück. Äh, das ist nur so lange schön, wie nichts entgegenkommt, ne? Das wird sich bald ändern. Wir müssen mal gucken, wo ich lang muss. Ich guck, das war hier. Immer da rum, immer da rum. Genau, und da. Moment mal. Ich hab doch hier Blöcke hingestellt. Ich bin doch nicht bescheuert. Ich hab hier Blöcke, dass wir hier hochgekommen sind und so. Die haben wir nicht eingesammelt. Äh, Wir sind da 51. Ich wollte grad sagen, nicht, dass irgendwie irgendwas gesettet worden ist oder so. Nö, ist das nicht. Schade. Dann hätten wir nämlich den ganzen Loot nochmal. Haha. Ich will ja nicht gierig werden, aber schön wert. Hui. Hab ich hier alles mitgenommen? Jo, hab ich. Das hobbisch. So, da ist besetzt. Dann müssen wir hier. Oder war das hier? Nö, hier war das nicht. Klips, 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 klips. Ich weiß nicht, was ich grad sage. So, der Tresor ist leer. Der muss ich hier lang. Wir haben ja bis oben hin Ruhe. Also, wir waren ja schon bei den Whirlpool. So, ich ziehe rüber und den Wind und hopf, hopf, hopf. yuhu, da erst mal. so, ist, wosex, hier war die Mütze. Ja. so, voll schlaf nur mal so probestich machen so, wir müssen jetzt da lang dit ist nicht akzeptabel dit geht so, ne, Kabin super gut, ich verspreche besser und bitte nicht hauen ne, dit, ich glaube ich hatten mal nach, ihr geht gehabt aber wir wollten uns nicht zumüllen, wa das sag ich jetzt einfach mal so dit ist aber jetzt eicheartig dit sieht mir ja nicht, eh nicht oder ich war hier gestresst so wie jetzt na, die ich hier an den Tirschen heran na, ja, jetzt hey Munition für die Oco na, komisch, das hab ich gelootet oder so naja ich guck, ich wollte bloß das große, ganze, schöne Zeug mitnehmen ein Flanel alter, was ist denn los, Kabin geh doch mal rinnen hier dit ist ja dit war ein Rezept der Jungschen so geht dit nicht Polizei Polizei Munition alles klar, Kabin na, geht so, wa hat nie richtig geschlafen, oder wat so, ähm ja, 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 ja ah, ik verstehe dit war doch hier, wo die, äh, hier die Spucker und so, ne ik guck, dit kan sein äh, macht aber die Sache nicht besser schäm dich, Kabin schäm dich dass du wat verjessen tust so aber, halb so wild ik wusste ja, wir kommen will er wir machen ihn auf Schwarzenegger albi weg so, nochmal schnell hier nachgucken wat soll's wat kostet der Geiz nischt so, halt mal gucken ah, Stoff ist in Ordnung, was wir hier zu suchen hallo da hab ich auf Garantie noch nie nachgekickt ik kick doch nie in ne Ecke rin so, dann müssen wir jetzt erst mal hier die Treppe hoch dö 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 hey dö 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 hallo na, ich muss da lang, wa Oh, verdammte Scheiße. So, das ist das, was ich hier abbauen hätte können. Das weiß ich, dass ich das nicht abgebaut habe. Diese Strafe nehme ich an. So. Dann tue ich das jetzt hin. Verdammt nochmal. So, warte mal. Ratsch, da, ratsch, 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 ratsch. Weg ist der Matsch. Das wollte ich jetzt ja auch nicht. Ich wiese, könnte man mitnehmen, aber das würde mein Inventar voll mühen. Junge, ich habe nicht leer. Nee, das ist nicht leer. Oh, da ist ein paar Blätter drin. Ein paar Blätter. Kommen Sie raus? Mit erhobenen Händen. Ich gucke. So, da ist nichts. Wee. So, jetzt müssen wir hier. Was ich aber nicht schaffe, weil ich habe ein bisschen zugenommen. Ich gebe zu. Äh. Flup. Stimmt, hier sind wir in Dunkeln lang gestiefelt und hier ist Tag geworden. Guten Tag. So. Kieke es an, kieke es an, kieke es an. Die sollten wir hier aufräumen. Wenn das der Vorarbeiter sieht, äh, da liebt Stress. Nüscht. Nüscht. So, da komme ich da hin. Da komme ich da hin. Muss ich aber bestimmt nicht hin. Ich muss nämlich hier hoch. Uff. Ich schätter schon da ran. Het lüft. Was soll jetzt noch passieren? Äh. Alter. Ich schaue doch ein bisschen hier, ne? Speck gekriegt haben. Hüfte und so. So, hier dürfte ich eigentlich halt rausgenommen haben. Bitte, 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 bitte. Ja, ich habe halt rausgenommen. So, was war da oben? Gut. Hallo. Ich bin wieder da. In meinem Revier. Ich habe immer noch kein Bier. Was soll's. Denn es ist eben halt so. Moment mal, was ist denn das? Ist das hier, äh... Schau mich. Weil hier war ich noch nie drinne. Würde er sich bitte beeilen? Das wäre nett. Oh, Alter, was ist denn hier los? Alter. Was haben die da drin immer? Da ist aber eine Kiste drinne. Das hat sich schon jetzt gelohnt. Kicke es dir an. Auf Klo. Mit eh ne Frau hier drinne. Na, Junge, nee. Ich dies, nee. Ich glaube, das wäre ne Jugendfrei. Nee, nee. So, schrutzen. Und, äh... Das kann schon mal weg. Und das ist Militärfeiber. Ja. Ich nehme das. Als Kleinform. Togel. So, Glas nehme ich nicht mit. Und da geht es weiter. Das schöne Metall sammeln. Oh. Natascha. Oh. Das ist aber gut. Oh. 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 Gut, wir können weitermachen. So, jetzt haben wir aber wirklich jetzt hier aus denen rum ist alle draus. Diese Etage ist entkernt. Aber volle Möhre. Autsch. Gut. Ich muss dann bloß nochmal nachgucken. So, jetzt sollten wir hier raus, ne? Das hat ja funktioniert. Da ist nichts zusammengebrochen. Und ich habe nochmal ein Video gekriegt. Das lag daran. Ja, ist klar. Ich lache daran, weil ich bin am Sack rangekommen. Hö. Hui. Äh, sollte man die machen, kann sein, dass denn das Jurist anstürzen tut. Ich verzeihe aus meiner Sicht so aus. Ich war nicht gut. Ich war nicht gut. Ich lache aber nicht an mir. Also, ich bin doch nicht zu fett gewesen. Hö. Es ist einfach nicht gut gebaut. Genau. So wird es sein, Kavi. Sag mal, hier habe ich alles rausgenommen, ne? Ich bin hier rumgeheft wie ein Känguru, aber... Das müsste eigentlich alles raus sein, Junge. Ich kontrolliere das noch. Achso, da war das. Das habe ich nicht mehr reingekriegt. Eine Mützen-Mod. Äh, nee. Und nee. Und kleine. Und jut. Und weiter. So. Das hatte ich hier noch gemacht, ja. Daran kann ich mich noch erinnern. Dann sind wir hier lang gegangen. Dann sind wir da hinten irgendwie durchgefallen, ne? So war das gewesen. So, hier kommen wir nicht weiter. Außer nah unten. Ne, das will ich nicht. Nochmal den ganzen Weg hoch. Das ist nicht gut. So. Hier hat der Ene mal kurz ne Mine aus... Ach, schon will er, der Indianer. Hätte ich... Äh, letztes Mal schon. Hätte ich gedacht, da steht Ene. Wenn vorbeilaufen. Lüft. So, dann nehmen wir hier rum. Und dann müssen wir hier vorsichtig, weil Alt einstürzt und Alt kaputt. Genau. So, und wir sind fast da, wo ich, äh, gemacht habe. Jo. Hallo. Man kann doch übertreiben. So verblinkt man wirklich nicht. So, äh, da ist ne Mine. Sag mal, hä? Jetzt aber mal, hä? Hallo. Muss ich denn jetzt sagen? Da, wa? Ne, die können doch ja nicht. Da komme ich doch bloß da durch. Leute, Hilfe! Achso, hier hoch. Der kickt da hoch und dann sieht er nicht... Hat der Matsch auf der Ohren? Manchmal wirklich, wa? Genau. Hehe. Ich weiß, wo wir sind. Okay. Okay. Aber warum ist denn das alles... Irgendwie ist das komisch. Ich nehme diesen Preis an. Nicht, dass jetzt hier wieder alle Zombies da sind. Das wäre nämlich uncool. Das hat nämlich Munition gekostet. Ja, noch ne Schatzkarte. Äh, ich bin jetzt ein bisschen verwirrt. Oder sind wir hier bloß durchgerauscht? Na, hier sind auf keinen Fall Zombies. Hallo? Ich glaube, ich hatte ganz andere Sachen im Kopf, wa? Ich glaube mal, da rein Würzeln, die ihr Leben haben. Da ist ne Kiste. Ja, die haben wir gelootet. Ey, das ist... Das hab ich doch auch kaputt gemacht. Da hab ich doch noch hier so... Äh, kipp mal hier. Stoff und... Äh, Attrappe. Alter, komisch. Das ist, äh... Ich weiß nicht, ob das so original ist. Ich glaube nicht. Ich weiß nicht. Ui, ui, ui. Ja, ja. Hätt ich eigentlich nicht wissen müssen. Das hätt ich eigentlich nicht wissen müssen. Das hat doch schon der Zombie geschrien. Naja, gut. Krieg hin. Hm. Äh, naja. Dann machen wir dem Teil nochmal. Nicht so, dass es schlimm ist oder so. Äh, kriegen ja neue Loot, aber... Hey, Holz. Das ist ja Flur, ne? Ey, du bist Flur, ne? Ja, das ist Flur. Bringt uns aber nicht weiter. Genau, und hier habe ich die Granaten geschmissen. Und das wird ja hier auch nur angezeigt, da. Guck mal, dass das wirklich ist hier, äh... Locky Looter. Locky Looter. Hier sind keine Zombies. Ich glaube, ich war einfach bloß abgelenkt. So, und die hier bin ich dann hier so, zack, zack, zack. Äh, manchmal ist... Äh, also irgendwie ist das wirklich komisch. Manche Sachen sind weg, neu geroutet und so. Und manche sind wieder, äh... Warte, das ist eine Kiste, habe ich gerade... Habe ich hier sehen. Da. Und die habe ich noch nicht. Da waren wir auch nicht drin. Ich habe gedacht, das ist einfach der Weitergang, äh, Durchgang. So, jetzt muss ich erst mal wieder sortieren. Einfach von die brauchen. Zum Beispiel dette. Und dette. Hebe ich nicht mehr auf. Jo. So, Leute. Ich würde mal sagen, das ist ein guter, das Eckchen, um mal ein Folgenpäschchen zu machen. Den kann ich nicht mehr auf Toilette und ihr dann auch. Und wir sehen uns dann quasi morgen wieder. Ich hoffe, das hat euch ein bisschen gefallen. Und ich hoffe, wir sehen uns dann morgen wieder. Haltet die Ohren streif. Euer Karbin. Bis dann, ich bin raus. Bye, bye. Ich bin raus. Ich bin raus. Ich bin raus. Und ich bin raus. Vielen Dank.